Hallo und herzlich Willkommen zum Bereitstellungs-Workshop für Microsoft Intune for Education. Dies ist Modul 7, Management, Reporting und Support. In diesem Modul gehe ich auf die Geräteaktionen ein, die von Intune for Education aus durchgeführt werden können und kläre, was ein Gruppenadmin ist und wie er Ihnen dabei helfen kann, Arbeitslasten in Ihrer Organisation zu verteilen. Ich werde Sie durch Geräteaktionen und Reportings in Intune for Education führen. Dann werde ich Ihnen zusätzliche Reportings im Microsoft Endpoint Manager Admin Center zeigen, um schließlich den Support für Intune durchzugehen und sie durch eine Demo zum Öffnen eines Fallbeispiels zu führen. In der kommenden Anleitung wird einer der Themenbereiche Geräteaktionen sein. Es gibt derzeit 7 verschiedene Geräteaktionen, die es Ihnen ermöglichen, ein Gerät neu zu starten, zu synchronisieren, umzubenennen, zu löschen, zurückzusetzen oder zu lokalisieren, nur für iOS-Geräte. Es gibt zwei Arten des Zurücksetzens. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Autopilot Reset. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen entfernt das Gerät aus Intune und löscht alle persönlichen Daten und Einstellungen vom Gerät. Der Benutzer wird zurück zur Out-of-Box-Erfahrung gebracht. Autopilot Reset entfernt alle persönlichen Daten und Einstellungen vom Gerät, aber lässt das Gerät in Intune angemeldet. Benutzer werden zum Anmeldebildschirm zurückgeführt. Eine weitere Funktion, die ich Ihnen in den kommenden Anleitungen zeigen werde, sind Gruppenadministratoren. Gruppenadministratoren sind eine weitere Gruppe von Nutzern, vielleicht Administratoren auf Schulebene, die Intune for Education zugewiesen sind. Sie sind berechtigt, Schulgeräte und Apps nur für diese Gruppe zu verwalten. Wenn Sie das Portal öffnen, wird die Ansicht auf diese Gruppe von Nutzern oder Geräten beschränkt sein. Die Gruppenadministratoren haben viele Rechte, die auf die Benutzer und Geräte in dieser Gruppe beschränkt sind. In Intune for Education haben wir Reporting-Bereiche wie Gruppen, Geräte, Benutzer und Apps. Außerdem haben wir mandantenübergreifende Reports, auf die wir über Reports zugreifen können. Während wir die verschiedenen Reports durchgehen, werde ich auf Bereiche hinweisen, in denen wir die Aktion für die von Intune verwalteten Geräte festlegen können. Zum Beispiel synchronisieren, Neustarten und Löschen. Ich beginne damit zu Apps zu navigieren. Die ursprüngliche Auflistung der Apps zeigt nur einige der Apps. Wir sehen die zugewiesenen und nicht zugewiesenen Apps. Diese Liste kann gefiltert werden, so dass nur die zugewiesenen Apps angezeigt werden, indem man auf die Schaltfläche Alle Zugewiesenen klickt, Ja auswählt und auf Anwenden klickt. Jetzt sehe ich eine Liste mit allen zugewiesenen Apps. Ich fokussiere mich auf die Microsoft Edge Desktop App. Wenn ich es mir genauer ansehe, stelle ich fest, dass die App zwölfmal installiert wurde. Das ist etwas trügerisch, da die Installation für jede Geräte-Benutzer-Kombination als erfolgreich gemeldet wird. Ich kann natürlich die Gruppe sehen, der die App zugewiesen ist und ich kann die Statusdetails der Installation sehen. Beachten Sie den oberen Satz. Dieser Report zeigt den Installationsstatus von Apps für Benutzer, die sich auf einem Gerät angemeldet haben. Ich gehe weiter zu Nutzer. Der Benutzer, auf den ich mich konzentriere, ist Letescha. Wenn ich mir Ihr Konto genauer ansehe, sehe ich grundlegende Schülerinformationen und die Gruppen, in denen sie Mitglied ist. Die grundlegenden Schülerinformationen werden von School Data Sync befüllt, das bereits im Modul 2 kurz besprochen wurde. Wenn ich auf Letzte Check-Ins klicke, erhalte ich nützliche Informationen über die Nutzerin. Zunächst kann ich alle Geräte sehen, an denen sie sich kürzlich angemeldet hat und wann. Zusätzlich kann ich alle Apps und Einstellungen sehen, die auf Ihr Konto angewendet werden sollten, basierend auf dem angemeldeten Gerät. Dies ist unglaublich nützlich bei der Suche nach dem Grund, warum sie eine bestimmte App oder Einstellung empfangen kann oder nicht. Zudem werden Fehler angezeigt. Das Gerät, an dem sie aktuell angemeldet ist, hat kein WLAN, deshalb wird das WiFi-Profil rot angezeigt. Die Seite Geräte ist ähnlich wie die Seite Benutzer. Mit dem Unterschied, dass ich hier eine Geräteliste angezeigt bekomme. Wenn ich ein Gerät auswähle, erscheinen die Geräteaktionen Sync, Neustart, Umbenennen, Autopilot Reset, Werksreset, Lokalisieren und Löschen. Ich kann diese Aktionen an einem oder mehreren Geräten auswählen. Ich wähle alle Geräte, die mit Grundschule beginnen und klicke auf Neustart, um sie alle erneut zu starten. Eine Aufforderung zum Neustart wird nun an all diese Geräte gesendet und nach kurzer Zeit werden sie neu gestartet. Ich wähle nun ein Gerät aus und sehe es mir genauer an. Auf der Eigenschaftenseite werden die grundlegenden Informationen zum Gerät bereitgestellt. Die Seite mit den Geräteaktionen zeigt alle Aktionen an, die an das Gerät gesendet wurden. Die Seite für Check-Ins ist ähnlich wie die für die Benutzer. Diese Seite zeigt alle Benutzer an, die sich kürzlich an dem Gerät angemeldet haben, sowie die erwarteten Apps und Einstellungen. Wenn ich zu Gruppen übergehe, erhalte ich eine etwas andere Ansicht. Wir haben diese Seite bereits angesehen, als wir Apps und Einstellungen zugewiesen haben, aber jetzt werden wir uns auf die Aktionen und Reporting-Aspekte konzentrieren. Da es sich um eine Gerätegruppe handelt, kann ich eine Liste der Geräte in dieser Gruppe sehen, indem ich auf Geräte klicke. Ich kann die gleichen Aktionen wie zuvor auf einem oder mehreren Geräten durchführen, aber ich habe auch die Möglichkeit, alle auszuwählen. Derzeit liegt das Limit bei 100 Geräten, die ich gleichzeitig auswählen kann. Wir können außerdem eine andere Gruppe als Administrator für diese Gruppe auswählen. Das ist ein Gruppen-Admin-Feature, das wir bereits in diesem Modul besprochen haben. Schließlich kann ich mir alle Ereignisse ansehen, die diese Gruppe betreffen, wer diese angestoßen hat und wann. Der letzte Bereich, den ich Ihnen zeigen möchte, sind Reports. Ein wichtiger Report ist der Inventar-Report. Dieser gibt Ihnen einen Überblick über alle Windows-Geräte und iPads und die Liste kann heruntergeladen werden. Der Abschnitt Geräteaktion ist eine Liste der eingeleiteten Geräteaktionen und deren Status. Denken Sie daran, dass Geräteaktionen nur abgeschlossen werden können, wenn das Gerät bei Intune for Education angemeldet ist. Deshalb können einige Aktionen ausstehen oder sogar fehlschlagen. Der letzte Report, wahrscheinlich der nützlichste zur Fehlersuche, ist der Report zu Einstellungsfehlern. Wenn ein Gerät oder ein Benutzer Teil mehrerer Gruppen ist, die die gleichen Einstellungen gesetzt haben, kann Intune nicht bestimmen, welche Einstellungen angewendet werden sollen, sodass keine der widersprüchlichen Einstellungen angewendet wird. Der Einstellungsfehlerbericht ist eine Liste der aktuellen Einstellungsfehler und der betroffenen Gruppen. Ich kann mir alle Konflikte genauer ansehen und bestimmen, welche Gruppen, Einstellungen, Geräte und Nutzer betroffen sind. Damit schließen wir die Anleitung für Reportings zur Geräteverwaltung mit Intune for Education ab. Die nächste Anleitung zeigt Ihnen einige der Reporting Optionen im Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Unter Geräte und Überwachung finden Sie viele der Reports. Zuweisungsstatus zeigt Ihnen den Status aller Konfigurationsprofile, um schnell die Anzahl der Fehler, Konflikte, Ausstehende und Erfolgreiche sehen zu können. Wenn Sie BitLocker für die Verschlüsselung Ihrer Geräte verwenden, gibt Ihnen der Verschlüsselungsbericht Informationen über jedes Gerät und den Verschlüsselungsstatus. Der letzte Bericht, den ich Ihnen überwachen zeigen möchte, ist Anmeldefehler. In diesem Mandanten blockieren wir die Anmeldung persönlicher Geräte. Da sehen wir eine Reihe von Fehlern, wenn Allison versucht, ein persönliches Gerät anzumelden. Das ist das Ende von Modul 7. Im nächsten Teil gehe ich auf die Support-Optionen Microsoft Endpoint Manager Admin Center ein und zeige, wie man einen Fall öffnet.